Platz da! Ah! Ist alles okay? Ja, danke. Sie hat Fahrradflucht begangen. Das ist strafbar. Komm, lass uns zur Polizei gehen. Okay. Ich habe mir wegen dir den Arm gebrochen. Jetzt weißt du, wie es ist. Ich helfe dir aber trotzdem hoch. Komm. Danke. Lass uns einen Kaffee trinken. Okay. Ich helfe dir den Arm gebrochen.